Was geht ab, Leute? Nur der Lett Games hier und willkommen zurück zu Beyond Two Souls. Gehen wir ein bisschen mit ihren Spielsachen spielen. Irgendwo hier oben wird schon sein. Aha, wir haben auch was Lustiges. Oh shit, wir müssen ja wirklich was spielen. Hey, Feenblüte. Willst du mit zu mir nach Hause kommen? Zum Tee? Oh ja, ich liebe Tee. Okidoki, wir nehmen ein Auto. Ein tolles Auto. Ja, selbst ausgesucht. Und es fährt richtig, richtig schnell. Ha, dann geben wir mal Gas. Oh Mann. Sind da? Na gut, dann los. Hier lang. Von ihrem Mann zum Geburtstag. Nicht schlecht. Das ist creepy. Aiden ist schon im Raum. Er ist ja so kitzend. Lass das, Aiden. Du weißt doch, dass ich nicht mehr mit dir spielen will. Das ist fies. Aber warum ist gerade Aiden zu ihr gekommen? Das ist die große Frage, finde ich. Langsam. Wow! Das ist creepy. Aiden hat doch nicht etwa so eine gefährliche Form. Ich dachte, der wäre irgendwie ein bisschen friedfertiger. Gerade erschreckt sie sich noch richtig. Und jetzt so... Die ist auch wirklich hart daneben, die Kleine. Das heißt, sie war von Anfang an gar nicht. In dieser quasi Zelle. Wir werden mal alles erforschen. Überall mal gucken. Oh, wenn das ihre Mutter mitbekommt. Aiden, Böse. Nein, Aiden. Mami wird sicher böse mit mir, wenn wir das anfassen. Naja. Ist ja nicht hübsch. Will der Geist spielen? Will er nur auf sich aufmerksam machen? Was will Aiden? Definitiv Aufmerksamkeit. Aber so ist ja nichts mehr. Gucken wir nochmal hier so die Schränke. Aha! Da oben haben wir irgendeine Box. Das ist eine gute Idee. Hm. Wir werden vielleicht lang genug warten. Bricht Aiden vielleicht die Tür auf? Nein, Quatsch. Da wird nichts passieren. Aber hey, diese Box da oben auf dem Schrank, die ist interessant. Wir haben die zwar gesehen, aber... Wirklich... Runterholen können wir die Box nicht. Hallo? Hi, wie geht's dir? Mir geht's gut. Danke. Das Wetter ist grauenvoll. All dieser Schnee... Ich hoffe, das hört bald auf. Kinder sind so anstrengend, wenn sie nicht rausgehen können. Die hat doch echt nur nicht fünf Minuten Ruhe. Jodie, Schätzchen, tust du mir einen Gefallen? Holst du mir bitte eine Flasche Öl aus der Garage? Äh, klar. Kein Problem. Dreh mal mit ihrem Vater, den haben wir noch gar nicht gesehen. Nein, wir gehen nicht mehr auf die Nerven. Komm schon, Aiden wirft die Tasse um oder so. Ist ja fies. Okay, Öl. Garage. Rausgehen. Wohl... Meistens sind die Garagen noch mit den ganzen Häusern verbunden. Schauen wir mal. Keine Ahnung, ob das hier auch der Fall ist. Hier. Ganz schön düster. What the hell? Nu... Oh, wow. Nur ne Puppe. Okay, wo haben wir das Öl? Ich denke, Aiden wird gleich... Ziemlich böse. Meine Güte, gib doch mal fünf Minuten Ruhe, Aiden. Die Dings ja auch noch... Puh, geschafft. Olivenöl in solchen Kanistern? Hab ich schon mal gesehen sogar. Das war relativ selten, finde ich. Danke, Schätzchen. Hey. Aber in Amerika ist es nicht so möglich. Hm. Die macht Essen. Gehen wir auf die Nerven. Oh, niemand kümmert sich um sie. Sie muss Essen machen. Vater am Arbeiten. Aiden nervt. Hey, Schätzchen. Warum gehst du nicht draußen spielen? Ich hoffe, wenn es Essen gibt. Okay. Geh mal einen Schneebaum bauen. Das ging schnell. Garten, okay. Die hat nur rausgesagt, nicht Garten. Danke, Aiden. Wohl wahr. Was ist mit dem Ball? Hä, den können wir rumkicken? Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Jupp. Ist ja nett, realistischer als FIFA. Wie was ist mit der Schaukel? Oh, es ist so kalt, dass es selbst das fressgefroren ist. Schubst du mich an, Aiden? Ah, irgendwie nicht. Wir können auch nicht eingreifen. Der Geräusch war voll nicht. Macht immer nur, was er will. Aber irgendwie hat sie gelernt, den unter Kontrolle zu bringen, desto älter sie wird. Was dafür machen die da? Hast du das gehört? Das wirst du bereuen, Fiesling! Erwischt! Ich glaube, jetzt haben wir doch noch Spaß. Das wirst du bereuen, Fiesling! Okay. Ich weiß, wir sollen hier bleiben. Los, wir spielen fünf Minuten, dann kommen wir wieder. Mama merkt das gar nicht. Ist klar. Boah, weil die wissen, wie viele fünf Minuten sind. Jetzt können wir mal helfen. Sprengen wir den Zaun weg. Wenn es um böse Taten geht, ist Aiden wirklich immer der Beste. Immer und immer wieder. Hey, Jodie, willst du mitspielen? Komm, mach schnell, versteck dich. Du wirst sonst eingeseitzt. Hoffentlich können wir erzielen. Bäm! Haha! Die trifft echt jeden. Voll ins Gesicht. Keiner will. Ich hab noch einen. Oh shit, er hat gesessen. Bäm! Wer ist mein nächstes Opfer? Hm, was ist denn jetzt? Komm schon, wer ist mein nächstes Opfer? Oh, das muss gut tun. Oh oh, Aiden. Habt ihr das gesehen? Sie wollte mich umbringen. Habt ihr gesehen, was sie gemacht hat? Sie ist eine Hexe. Eine fiese, doofe Hexe. Was ist hier los? Sie ist eine Hexe. Ich schwör's euch. Jodie Holmes ist eine Hexe. Komm mit. Komm mit. Wir gehen heim. Komm. Komm mit. Geh jetzt ins Haus. Was ist los? Warum warst du auf der Straße? Du weißt, dass du das nicht allein darfst. Die anderen haben gespielt. Ich, ich wollte nur mitmachen. Was hast du mit diesem Jungen gemacht? Philipp. Ich habe gar nichts gemacht. Aiden war es. Er wollte mich nur beschützen. Er wollte... Mir reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden. Jodie, diesmal geht es riesig ärgern. Philipp, nee. Irgendwann muss er eingreifen. Wen wurde er nicht gewalttätig? In dein Zimmer. Jetzt. Trotzdem, das ist ein ganz schönes Arschloch. Versuch zu schlafen, Schätzchen. Morgen früh sieht alles anders aus. Glaub mir. Gute Nacht. Mami. Ich habe Angst vor den Monstern. Mami. Sie wollen mich holen. Schätzchen, du weißt doch, Monster gibt es nicht. Ich lasse das Licht an und die Tür auf, ja? Komm, schlaf jetzt, Süße. Hm. Die Monster können aber die Tür zumachen und das Licht ausmachen. Hoffentlich ist Aiden da. Geh weg, ich hasse dich. Du bist schuld, dass meine Eltern böse mit mir sind. Geh weg! Du solltest sie nicht so anschreien, Philipp. Sie ist ein kleines Mädchen. Kleines Mädchen? Du hast gesehen, was sie kann, oder? Susan, das ist kein kleines Mädchen. Das... Susan, das ist ein Monster. Hör sofort damit auf, so über sie zu reden. Die Dinge, die um uns passieren, sind nicht normal. Und es wird schlimmer. Herrgott, nochmal Susan, was hält sie davon ab, uns anzugreifen? Oh, sei doch nicht albern. Susan, das Ding ist wie ein unkontrollierbares Tier. Wir haben keine Ahnung, wozu es fähig ist.